Du bist in Word oder anderen Programmen so langsam wie eine Schildkröte? Dann komm zum Wahlkurs ICDL und werde zu einem Leopard. Was macht man denn beim ICDL? Du lernst den Umgang mit sämtlichen Programmen, wie zum Beispiel PowerPoint oder Word. Was versteht man denn unter diesen Programmen? Du kannst mit Word zum Beispiel Texte oder Briefe schreiben. In PowerPoint kannst du schöne Präsentationen machen und deine Mitschüler erstaunen lassen. Mit Excel kannst du dein Taschengeld super verwalten. Aber nicht nur das lernst du beim ICDL. Du kannst danach auch sicher im Internet surfen. Cool, dann mache ich es jetzt wie das Lokodil und nehme am Wahlkurs ICDL teil. ICDL im Wahlkurs oder vertieft im Wirtschaftszweig.